Alles wieder der Fanggeber mit Infinity Warfare oder Infinite, wie auch immer. Damit ihr hier nichts versäumt, wird hier nochmal gestartet. So, und los geht's! Oh, wie ich das liebe! Wir müssen mit allem auf die Zerstörer feuern! Skars, das Eisen ist heiß! Angriff! Nach dir, Raider! Wir müssen mehr Skater ausschalten! Eindliche Erfassung! Hochschieben! Hochschieben! Er schlägt halten! Eindringlich! Oh! Retribution mit allem auf die Zerstörer feuern! Skars, das Eisen ist heiß! Angriff! Nach dir, Raider! Auf die Zerstörer! Auf die Zerstörer! Ziel, ein Uhr! Auf die Zerstörer! Auf die Zerstörer! Die Zerstörer! Die Zerstörer abschieben, Raider! Feuer! Boah. Feuer, Feuer, Feuer! Er hat mich erfasst. Feind. 4 Uhr. Raider, weiter aus dieses Ketterfeuern. Schleger. Angriff. Wuhu. 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 Er schlägt Haken. Raider, weiter aus die Sketterfeuern. Einer weniger. Haben die Sketter ausgesichtet. Wer gehört mir? Wir müssen uns um das abkümmern. Ziele 12 Uhr. Dringlich erstes Um. Nach rechts unten. Er schlägt Haken. Ein Fisch. Weine Beine. Zum Ziel der Visier. Ist das A sensekrieger er ist? Nein, wir sind nur 20 Uhr. Feuer, Feuer, Feuer! Oh. Yes. Oh. 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 Wir müssen mehr Skälte aushalten! Keine Täuschkörner mehr! Da sind wir schon dabei! Boah! Auf den Zerstörer feiern! Oh! 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 Wir müssen auf die Skälte ausfeuern! Käften, Skälte ausgeschaltet, alles frei! Gute Arbeit von allen! Keine Zurückhaltung, Leute! Wir dürfen den Außenposten nicht verlieren! Räumen wir hier auf! Auf den Zerstörer feiern! Den Zerstörer aushalten! Gegenmaßnahmen! Gegenmaßnahmen! Täuschkörper abgeworfen! Auf den Zerstörerfeuer! Trag ihn dir jetzt. Sooo! Der Zerstörer! Den Zerstörer ausschalten! Die Täuschkörper abgeworfen! Auf den Zerstörer feuern! Die Täuschkörper abgeworfen! Die Täuschkörper abgeworfen! Die Täuschkörper abgeworfen! Die Täuschkörper abgeworfen! Die Täuschörper abgeworfen! Die Täuschörper abgeworfen! Die Täuschörper abgeworfen! Die Täuschörper abgeworfen! Gegenmaßnahmen! 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 Oh! Yes! Letzter Zerstörer ausgeschaltet. Zone von feindlichen Fliegern befreit. Station gesichert. Der Außenposten gehört noch uns. Danke, 141. Wir haben hier oben unsere eigenen Asse. Oh, ja. Mission erfüllt. Nicht wie weg hier. Fever, bring uns hier raus. Tower bereit für Jackets. Brücke Ende. Tower, hier 1-2. Gas im Abflug. Roger. Jackets haben an der Erlaubnis. Hilfstrohne behalten, wenn Sie es entkennen. Fever, die Drohne ausgefahren. Die Drohne ausgeschaltet. Die Drohne ausgeschaltet. Oh! Not 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 So, was ist da? Die Verbindung da rechts, die scheint nicht gut zu passen, Radler Auge, da hat wirklich jemand von Zufangsetzen geschlappt. Ah, Captain's Lock. Das ist ein geheimer Bericht über den Kriegsgefangenen aus Genf. Nach dem Einsatz unserer Artis-Geschütze gegen die Flotte, versuchte der Agent Ria das Artis-System zu zerstören. Das hätte die Erde verwundbar gegen Luftangriffe gemacht. Zurzeit ist unklar, ob man die Geschütze von einem anderen Ort aus zerstören kann. Ich werde Sie über jegliche Entwicklungen informieren. Reigns, Ende. Heute startet die Front die Eroberung. Hier und jetzt werden wir die Herrschaft und den Einfluss der Erde beenden. Unsere Welt steht am Anfang. Ihre stirbt. Das Losreißen reicht nicht. Wir werden Sie brechen. Ihre Städte werden brennen und die Seiten Ihrer Geschichte. Mars in Etern. Das war ja nicht jedes, was wir schon kördern. Das war ja nicht. Hier wird die Folge beendet. Ich bin ein Fanggamer. Das hier ist Call of Duty, Infinite Warfare, Infinite, wie auch immer ihr das Ausspraychen wollen, mehr um die T-Teds. Ich sage Infinite, Infinite, Infinity Warfare, Infinity Warfare. Darum macht es gut, wenn ein Kumpel sagt, haut rein, ciao und baba.